Die Handhabung der Stippe ist nicht so leicht. Wie du am einfachsten die Stippe verwendest, gerade wenn du neu bist im Game, das zeige ich dir. Also legen wir los. Wir haben die Stippe von vornherein in Russian Fishing 4. Das heißt, das ist die erste Route, mit der wir gut angeln könnten, wenn wir sie denn gut beherrschen würden. Und das Schöne ist an der Stippe, man fängt mit der Stippe auch tatsächlich richtig gute Fische. Gerade hier zum Beispiel am Windenbach kann man die Stippe hervorragend verwenden. Wir bauen unsere Stippe mal am besten zusammen. Wenn wir I drücken, kommen wir ja ins Inventar und sehen hier drei Routen zur Auswahl. Einmal eine Ersatzroute vom Waldsee. Dann haben wir hier die Stippe, die wir von vornherein haben und die Spinningroute. Zu der Spinningroute gibt es natürlich auch ein Extra-Tutorial. Ja, wir schnappen uns hier als erstes die T-Listik. Wenn wir hier draufklicken und sie benutzen, dann haben wir sie auch in der Hand. Wenn wir dann die Taste V drücken, können wir hier auch nochmal in die Details der Route reingehen und sehen dann zum Beispiel hier die Angelschnur, die Pose, Vorfächer bzw. die Haken. Das sind hier diese Slots, die wir alle belegen können. Wenn wir hier einfach mal draufklicken, zack, haben wir hier schon eine Schnur im Inventar. Genau so wie hier. Wir haben zwei verschiedene Posen im Inventar. Nehmen wir mal diese hier. Vorfächer können wir zur Zeit noch nicht verwenden, sind allerdings auch nicht notwendig. Steht auch so unten drunter. Und dann nehmen wir noch einen Haken. Ich würde sagen, einen eher kleineren, einen 16er Haken. Und dann nehmen wir mal so einen Kaster hier mit drauf. So eine verpuppte Made. So ist die Route jetzt schon mal ganz gut zusammengebaut. Zumindest mit den Basics. Worauf muss man denn genau achten? Und dafür müssen wir ganz oben in der Ecke das I, das Informationsfeld, einmal öffnen. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir haben hier sämtliche Informationen und das zählt übrigens auch für alle Routen, die wir benötigen. Wir haben ein Wurfgewicht, das ist wichtig. Wir haben natürlich die Länge der Route und wir haben die Tragfähigkeit der Route. Das heißt, diese Route hält maximal 4 Kilo aus. Und damit die Route nicht bricht, dafür brauchen wir einen Schwachpunkt, der unter dem Schwachpunkt sozusagen der Tragfähigkeit der Route liegt. Bedeutet, bevor jetzt die Route bricht, reißt uns die Schnur, weil die Schnur hat eine Tragfähigkeit von 3,1 Kilo. So, wir können diese Schnur natürlich noch verbessern und wir schauen uns das tatsächlich mal eben an. Dafür gehen wir kurz hier in den Angelshop rein und suchen uns für die Stippen, wo haben wir sie? Angelschnüre, monophile Schnur. Monophile Schnur, deswegen monophile Schnur ist von vornherein schon recht transparent im Wasser und sie ist dehnbar. Das heißt, wir haben nochmal ein bisschen Flexibilität drin. Wir haben eine flexible Route, die die Schläge der Fische irgendwie abfängt und die Schnur auch noch dazu. Das heißt, alles in allem haben wir so einen Gummieffekt sozusagen ein wenig, der den Fisch direkt müde macht. Denn auch beim Stippen müssen wir drillen. Das allerdings dann mit der Route und wie gesagt halt mit der Schnur. Wir gucken mal hier bei den ganz günstigen und sehen hier schon alles ausverkauft. Bis auf, ja guck mal hier, 3,9 Kilo. Was haben wir hier? Wir haben 3,1 Kilo. Ja, und das ist doch ideal für uns. Warum die nicht ausverkauft ist, ich kann es euch nicht sagen, warum alle Welt die anderen Schnüre kaufen. Aber die 3,9er hier, die ist doch ideal. Wir kaufen uns für sagenhafte 4 Silber diese Schnur, drücken jetzt wieder V und tauschen die mal eben aus. 120 Meter, absolut reichend, ausreichend natürlich. Wir haben ja nur ein paar Meter hier drauf. Also, jetzt ist das sogar nochmal verbessert, das Set. Wir haben jetzt hier 3,9 Kilo Tragfähigkeit. Sollte hier trotz allem was viel zu dickes rangehen, reißt uns immer noch die Schnur und es geht die Route nicht kaputt. Das ist halt immer gut, dass uns da halt unser Set nicht zerstört wird. Im Laufe der Zeit verschleißen diese ganzen Komponenten. Hier unten haben wir auch schon diese Anzeige. Auch hier der Verschleiß ist gerade bei 0%. Wenn wir hier aufs Zahnrad gehen, sehen wir dann auch den Verschleiß von der Route selbst. Der Blank sozusagen, der wird mit der Zeit verschleißen und auch dadurch immer weniger tragfähig. Das dauert sehr, sehr, sehr lang. Von daher muss man trotz allem im Hinterkopf behalten. Mit der Zeit kann es sein, dass die Tragfähigkeit diese 4 Kilo hier über den Verschleiß abnimmt. Wie gesagt, das dauert wirklich Monate, aber das beeinflusst dann natürlich auch die Tragfähigkeit der Route. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ein Jahr lang kontinuierlich nur die dicken Brocken genau so hier immer mit dem Set rauszieht, wird irgendwann natürlich die Schnur verschleißen, aber auch irgendwann die Route. Und dann kann es trotz allem passieren, dass die Route irgendwann mal bricht. Wie gesagt, sollte erst nach Jahren passieren. Ja, so ist das Set jetzt perfekt zusammengebaut. Wir begeben uns direkt ans Wasser und dann geht es ans Eingemachte. Wir haben es jetzt auch schon relativ spät. Bevor es dunkel wird, fangen wir mal damit an. Also, wir stellen unsere Schnur ein mit Plus und Minus. Geht das eben rauf und runter. Wir fangen mal an hier relativ flach. Werfen das Ding aus. Und ich werfe gerne immer so 45% aus. Das heißt, wir laden unten den Balken bis 45% auf. Haben dann hier noch ein bisschen Spiel. Und versuchen die ganze Zeit, dass nicht so viel Schnur auf der Oberfläche ist. Da zuppelt schon was. Und in dem Moment, zack, wo es richtig runter geht. Ich habe sogar noch ein bisschen extra gewartet. Dann erst der Anschlag. Zack, das erste Rotauge ist da. Also wieder 45% ungefähr aufladen. Wir haben noch ein bisschen Reaktionsmöglichkeit hier. Wir können uns noch ein bisschen bewegen. Ich laufe auch gerne ein bisschen vor und zurück. Dass immer so wenig Schnur hier, wie jetzt da gerade gezeigt wird, so wenig Schnur auf der Oberfläche ist. Und dann lassen wir das treiben. Ich laufe stückchenweise hinterher. Halte die Rute immer relativ weit oben. Zack und nicht gehakt. Auch das kann immer wieder passieren. Warum passiert das? Das ist ganz normal. Es ist so ein bisschen auch immer so eine Sache, welcher Fisch ist da dran? Wie vorsichtig beißen die? Manche ziehen einmal runter und ziehen danach nochmal richtig runter. Manche Fische schieben die Pose regelrecht nach oben, weil sie den Köder anheben. Also da braucht es auch ein bisschen Übung. Da muss man mit der Zeit auch die Fische so ein wenig lesen lernen sozusagen. Und dann sieht man auch, wie ist das Bissverhalten. Trotz allem kann es eben passieren, gerade am Anfang, dass der Fisch nicht hakt. Liegt auch in der Regel da dran, dass der Haken an sich noch vielleicht gar nicht so sehr gut ist. Aber es ist auch tatsächlich viel Übung dabei. Und gerne mal so ein bisschen länger warten, abwarten, bis es dann zuppelt. Und wenn es dann jetzt hier, wie jetzt gerade, dunkel geworden ist, dann würde ich den Kaster als Köder vielleicht mal tauschen. Dann nimmt man den guten Ullen Regenwurm, lässt das Ganze nochmal ein bisschen tiefer, vielleicht mal so auf 50 Zentimeter. Und dann werfen wir das Ganze auch nochmal wieder aus. So, und dann lassen wir das wieder treiben. Mit den Uhrzeiten und den Fischen und den Vorlieben der Fische gibt es, muss man eben auch die Köder wechseln. Das heißt immer wieder rumprobieren, testen, ausprobieren, was gerade am besten läuft. Und wenn dann auch vielleicht hier, zack, an dieser Stelle dann nichts mehr läuft, dann muss man auch irgendwann die Stelle vielleicht wechseln und findet dann vielleicht noch einen anderen Spot, wo es dann nachts vielleicht besser läuft. Zwei weitere wichtige Punkte sind zum einen, wenn ihr einen sehr dicken Fisch dran habt und dann in den Drill geht sozusagen, heißt es, die Rute quasi oder die linke Maustaste kontinuierlich gedrückt halten, immer die Spannung halten, versuchen die ganze Zeit hochzuziehen. Die Fische, wenn die unten ranziehen und nach links und rechts quasi wegschwimmen wollen, haben wirklich Probleme damit, wenn man nach oben zieht. Das heißt, je mehr ihr nach oben zieht und wenn ihr nicht könnt, weil der Fisch so schwer ist, sagen wir, jetzt ist hier einer dran, müsst ihr quasi nach vorne laufen. Nach vorne laufen, nach vorne laufen und in dem Moment könnt ihr dann die Rute weiter hochziehen bis zu einem Maximum. Es kann doch passieren, dass der Fisch dann einfach zu groß ist, dass man ihn nicht ran bekommt, aber mit dieser Möglichkeit, wie gesagt, mit dem Vorlaufen und immer weiter hochziehen und immer weiter hoch und immer weiter hoch, damit habt ihr dann wirklich die Chance, auch einen sehr, sehr großen Fisch zu drillen, müde zu machen. Ganz wichtig, wie gesagt, immer schön die linke Maustaste durchgedrückt halten, dass der nicht irgendwie die Chance hat, weiter in die Waagerechte zu kommen, also in der Wasserebene weiter wegzuschwimmen, dann habt ihr es immer noch schwieriger. Wie gesagt, immer schön nach oben ziehen. Dadurch hat man eben die höchste Chance, die größte Möglichkeit, den Fisch dann auch rauszubekommen. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch essentiell ist fürs ordentliche Keschern der Fische, ist, wenn man i drückt, unter Zubehör schaut, hat man standardmäßig einen kleinen 2 Meter kurzen Kescher und diesen Klappkescher hier, diesen Teleskopkescher von 2 Meter, den schmeißen wir am besten weg. Wir gehen direkt damit zum Angelshop, hier ist er, der Angelshop, gucken hier unter Zubehör Verschiedenes und mit den ersten Kohlen, die wir dann vielleicht noch übrig haben oder auch schon zusammengespart haben, holen wir uns dann einen Teleskop-Klappkescher. Kratching, habe ich mir jetzt gegönnt und dann gehen wir wieder rein ins i wie Inventar, Zubehör und den 2 Meter Kescher, den schmeißen wir weg. Dafür klicken wir unten auf die Ecke, markieren den, schmeißen den in den Mülleimer und haben jetzt einen richtig langen Kescher und damit kriegen wir dann auch die Fische wirklich gut gekeschert. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, es ist möglich, gerade wenn man hier so am Ufer nah lang zieht, dass man vielleicht an so einem Holz, an so einem toten Baum oder wie gesagt an einem Grünzeug auf einmal verhakt. Sollte das am Anfang passieren, habt ihr mit der Stippe so gut wie keine Möglichkeit, euch zu befreien. Einfachste Möglichkeit, da rauszukommen, ist einfach, hoppala, den nehmen wir doch noch eben mit hier. Döbel, sehr schön. Also, einfachste Möglichkeit ist es, um euch zu befreien, dass ihr einfach Escape drückt mit Shift, hier steht es schon, Umschalttaste, Shift, auf Verlassen und dann, ja, Ausloggen und Reloggen direkt. Man kann sich dann direkt wieder einloggen, man geht quasi nur so halb aus dem Game raus und ist dann sofort auch wieder an dem Gewässer. Oder man reist einfach, man sagt, okay, Windenbach, jetzt gehe ich dann halt einfach am Moskitosee angeln, kostet auch nichts, hat also keine Reisekosten hier und dann angelt man an dem Gewässer weiter. So, und da geht noch einer rein, zack, komm, wir holen mal den langen Kescher raus und er schießt schön nach vorne, fast Trophäengröße sogar. Rotauge mit 1,2 Kilo wäre Trophäe. Schöner Fisch, hat auch noch Posenpunkte gebracht, so soll das sein. Wie wir die Skillpunkte verteilen, wo wir die Posenpunkte verteilen oder die Punkte, die für dich wichtig sind, das zeige ich in einem weiteren Tutorial. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne die Glocke reinhauen für den Kanal, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Tutorial-Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Petri. 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 Bis zum nächsten Mal.